wir hier nicht mal um die Wunder wieder gestoppt hat niemand gesehen Nebel in den Sialur auf ihr habt nichts X ja ja wenn man mal muss gehen wir als erstes hin nach Süden nach Süden gehe ich immer gern irgendwie hat man das Gefühl man geht welcher Film Spiderman 2 nein Herdringe 2 und wer sagt das Bartbaum genau wie es aussieht hier hier in Euro die Lernstieg jetzt Köln Feuerpfeile noch nicht Mama Heine da ist gleich jetzt gleich jetzt hätte er noch vier noch vier noch mehr mehr die Hälfte er ist er er spielt ein bisschen doch auch nie auch auch nie da auch aber noch mal läuft gar nicht gesehen das ist cool der Waldläufer und Elbenkriegertanz nicht sobald in der Nähe eines Baumes stehen oder eines Waldes wir sehen auch bald und auch was war das Gerät und auch truppen 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 war auf 2000 Rohstoffe und dann holen wir da das da da genau das 2 wir haben jetzt das ist immer noch uns gehört als bei der Wolke sind vier rote Punkte Euro ist ein bisschen bescheißen hier wird nicht beschissen hat er ist das ein NaSchool? das ist ein NaSchool da glaube ich 2 oder 3 oder 4 oder 5 oder 7 oder 8 oder 9 ohhhh ja da links sieht man einen schönen Video ein nächstes nicht mehr ich hasse diese Videos wieso? lenken ab ah oh da kommt ein NaSchool der will ja auch spielen dober Scheißkerl oh 1500 jetzt tadaa die Katerne ist auch verbessert wunderbar die stehen da rum und pügeln sie geht ruh Scheißkerl 1900 ja jetzt hast du gleich deine 2000 mach mal oh wir haben die südliche Brücke genommen Soldaten bereit machen das die Gegner dann auch hier äh vielleicht ja vielleicht nein kommt auf oh jetzt hab ich scheiße gebaut also nein Turm aber der ist scheiße brauchen wir nicht bumms doch nicht so haben wir schlafen bumms dann war ich nicht oh 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 nein wie kaputt machen schnell bitte schießt mit Feuerball ein Feuerball ja ein Feuerball das ist besser dann rennen sie nicht mehr weg genau dann machen sie es kaputt trolle trotzdem wissen Blödsinn keine Scheiße Welt kommt und kommt da ist es sie wieder bauen ja jetzt bauen die die der hat jetzt dann weg schade he he das hat er noch nicht mehr genutzt weg da weg da nicht an ihm vorbei das ist也 nicht倒 doch jetzt w chor Darling he das ist nicht lustig He he JA wir wollen die Leute retten und dann laufen sie noch hin denn dann laufen sie hin hinterher doch hör da die toe kerle endlich du und er hätte jetzt auch wieder zwei Türenkirchen wenn man die hätten dann hätten was so ganz nicht hin das sind ein paar Truppen drüben so vor mir noch gehört die Klinik wurde verbessert zum Glück hörst du mit bringt am nächsten Mal und keine Rohstoffe ich würde sich aber weiter ändern da hast du deinen Gehöfte! Was ist denn das? Jetzt haben sie alle Angst! Ist das nicht unnötig eingesetzt worden? Kein Kommentar! Oh gut, ich sag nichts! Kein Fall, kein Fall, kein Fall! So, mal schauen wir da! Wenn du... ...deine Soldaten aus die Bogenschützen jetzt mit Feuerpfeilen ausrüstest und die in den Turm steckst, schießen die Türme dann mit Feuerpfeilen? Sollten, glaube ich! Auf jeden Fall, sie sterben gleich! Oh, das täuscht! Das ist nur eine Illusion! ... ... Nein! Oh, zwei, zwei!